Cam geht an. Bin an der Node. Hab die Node. Direkt erstmal Level pimpen. Erstmal Stamina ein bisschen. Und move it's beat. Ich muss meine Cam noch kalibrieren, Junge. Lass es! Alles klein, alles klein, alles klein, 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 klein. Junge, die kann man nach wirklich 6000 Stunden arg. Wie oft hab ich das schon gemacht? Und mir geht immer noch der scheiß Puls, wenn ich nackig auf der Island da irgendwie rüber am Strand bolz mit meinen Dipsies. Bei mir flitzen auch schon welche. Echt? Bei dir flitzt welche? Jaja klar, ich mach ein Node 1. Ich hab noch keinen gesehen. Ich werd gespeert, ich werd gespeert. Wer macht denn Node 1 PvP, bitteschön? Ganz schwierige Bambinos. Oh fuck, hier sind zwei Tech-Parasaurier. Ich bleib hier und mach die noch. Tja, weiß ich nicht, ob das so schlau ist? Doch, ist schlau. Voll schlau, voll schlau. Alter Mude, als wenn wir so aggressiv wieder spielen, ey, das ist ja Wahnsinn. Die Zuschauer denken sich, was kriegen wir hier geliefert, ne? Baumpunch geht los, Steinpunch geht los. Nimm du erst Dodo's mit, geröbst, hab geröbst. Nice, 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 erfolgreich. Wir machen alles, alles, alles Erfolg verbuchen, was geht, ne? Hab geblinzelt, hab paar mal geblinzelt. Sehr nice, sehr nice, wichtig. Dass ich meine Augen refresh, dass ich das sehe, alles gut. Hat schon seinen Sinn, was ich hier erspiele. Okay, Aufbau-Spot wird hingeflogen. Ersten Tech-Parasaurus hab ich. Kann ich sagen, wie stolz ich grad auf dich bin. Ich mach direkt ein Missionsterminal, eine Mission. 600, 1000 Electronics, ich komm rüber. Stark. Metal wird gepuncht. In 3, 2, 1, lad und punch. So, die Leute wissen gar nicht, was sie hier vorhaben, ne? Die werden sich so wundern. Was machen die da krass? Das ist aber auch, was schwitzen die so und sie werden's noch sehen. Sie werden's noch sehen, wenn sie dranbleiben. Natürlich nur, wenn sie dranbleiben, Chef. Ja, ich glaub, von Cementen müssen wir uns verabschieden. Dann verabschiede dich mal. Soll ich ein Metal auch noch direkt mitbringen? Ja, weil man kann nicht viel tragen. Bis jetzt ein relativ cleaner Start, würd ich sagen. Alles geset up, dann fehlt nur noch Leder. Hier ist schon direkt ein Quetz für unsere Quetz-Base. Scheiße, jetzt hast du gesagt, was wir machen. Fram. Glaubst du, es gab welche, die jetzt echt dachten, wir holen Quetz? Dabei schwitzen wir voll auf was Krasses, ne? So, haben wir schon eine Smizzi irgendwas? Können wir schon bauen? Ne, 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 ja, müssten wir aber bauen können. Aber ich bin pumped, du auch? Ja, Race ist auch geschafft. Wie viele Points habe ich? 4K reicht. Reicht vollste Schwadrone. Mein Sound ist zu leise, zu quiet, zu quiet. Über mir boostet einer. Ne, ist nur Helena, ist meine Helena, sorry. Hallo, Überlebner. So, Simi, ich gehe jetzt in den Ich-Di-Tamen, wir treffen uns da, okay? Wo da? Wo war's? Wo war's? Da bist du, Humunen. Crash! Über dir ist einer. Ist nicht, du. Doch, nein, guck doch, über dir fliegt der, fliegt über der Base. Ich gehe nicht zur Base jetzt. Er kommt, er kommt, er kommt zu mir. Hier ist einer. Ja. Er kommt in unsere Richtung. Er hat einen Bogen. Hier. Habe ihn getroffen. Ich auch. Habe ihn auch mal getetet. Was mache ich? Ich gucke, dass ich den Fabricator mache. Er boostet in deine Richtung. Ich bin in der Base. Bau die mal zu, wenn du kannst. Ja, kann ich nicht, Digga. Guck mal an, wie das hier... Mit Foundations und so. Jetzt lass es dir nicht reinkommen, einfach. Kommt der, kann ich nicht. Ich kraft hier mal einen Speer, so hart es klingt. Wäre richtig belastend, wenn der jetzt unsere Smizzi-Tag old. Ja, das macht es mir gerade nicht leichter, Digga. Wo ist er denn? Bei uns? In der Nähe, ja. Hat er da auch eine Base? Ja. Okay, dann ist aber gut. Dann ist aber gut. Dann will er nicht unsere. Ich habe den Fabric. Ich kaufe Gasolin. Habe ihn ein zweites Mal getroffen. Drittes Mal nicht. Lenk ihn nur ab. Lenk ihn nur ab. Zieh den Fight von mir aus noch in die Länge. Nicht direkt killen. Ja, ich loote seine Base. Ja, und dann fliege in eine andere Richtung weg. Halt nicht zu uns dann, ob wir... Das wäre ganz geil, Chef-Usch-Möv. Habe ihn ein drittes Mal... Viertes Mal getetet. Generator habe ich, Kabel habe ich, Outlet habe ich, Turret fehlt, Polymer, Zement. Kann ich eventuell kaufen. Dann baue ich hier ein Turret hin. Habe ihn nochmal getetet. Bam, bam. Geschütz. Bam, bam, bam. Bam, bam. Habe seine ganze Base gelootet. Er ist weg. Das ist tatsächlich geil, Junge. So, rein, rein, Outlet. Bam, bam. Ich fack ihn hier weiter ab. Du baust... Er war nur Turret hin, ne? Eins, ja. So. Ich brauche noch die Munition kurz, aber dann, dann habe ich's. Zumindest ein bisschen Muni. Komm, go, 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 go. Go! Nicht hibbelig werden jetzt. Ich merke, wie ich hibbelig werde. Okay, Generator an, Turret an. Ich zerstöre seine Base hier. Mittel hoch, ja. Das ist top, Chef. Du machst einen guten Job. Wir machen gerade ein gutes Tech-Team. Das hindert uns zwar gerade ein bisschen unseren Mainplan. Aber ich habe seinen ganzen Fortress hier weggemacht. Übelst gut. Also, ich finde, wir haben das gut gemacht. Du hast Turret an den Start gebracht. Ich habe weggedrückt. Junge, du hättest dir den Fight geben müssen. Er hat die ganze Zeit versucht, mich zu bohlen oder mit Arrows abzuschießen. So, what the fuck? Ja, es läuft eigentlich ja ganz gut, ne? Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe noch nie an so einem Starter-Spot ein Turret gebaut. Das ist eine ganz weird Experience gerade. Ja, ja, aber das mussten wir ja, weil dann nebenan er herrscht und das Turret müssten wir ja anyways bauen. Und dann bauen wir es halt jetzt. Ich sehe dich, ich sehe dich. Cryo, ich lock die Haie weg. Ja, ist der da noch? Ich sehe den nicht mehr. Ja, der ist ganz in der Ecke. Ganz in der Ecke. Ach, da oben, ja. Sauber, sogar gutes Level hast du geholt. Ja, 150. Max. Das ist strong. Ich gehe direkt unter Wasser und hole noch ein bisschen Öl. Ja, ich gucke mal hier ins Red Hole. Kennst du das? Ne. Äh, für uns wäre jetzt wichtig, du musst wieder in die Base. Hier ist keiner. Und, ähm, wir müssen jetzt rüber. Du musst jetzt Scuba machen und tschüss. Ich habe so Schiss, aber allein, Chef, immer. Ja, ist doch egal was. Du nimmst nur Betten und ein bisschen Spam mit. Und vielleicht ein Gate. Nimm mal ein Gate mit. Ich gehe jetzt erstmal zur Base. Ich mache mir jetzt ein Scuba, ein Bett, Foundations, ein Gate und versuche zum Spot zu kommen. Oh, da bin ich der Spotjäger. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe immer so Schiss, weißt du? Kann auch machen, aber ich bin halt gerade noch unter Wasser. Du hast denn ich die, weißt du? Ja, ja. Das wäre jetzt zu switchen. Ey, ich mache schon, das macht Sinn, das macht Sinn. Dann baue ich da gleich noch mehr Indie, äh, mehr Forges hin, okay? Ja, ich muss mich jetzt mal kurz ordnen hier. Atemgerät. Gib her den Lachsnacken. Atemgerät. Foley. Ladle. Ich mache auch Stein-Triangles und nicht normale Steine, weil damit kann ich mehr einzelne covern. So, ich habe echt die Buchsend voll, jetzt da hinzugehen. Makrele, 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 Junge. Was brauche ich? Tor, Bett, Foundation, Scuba, Ichti. Liege ich damit richtig, weil dann dübel ich in dem Sinne ab. Oder nicht, Travel. Drückt die Leute, dass ich jetzt nicht gescamper-cybert werde. Spawn, 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 spawn. Okay. Die wilde Klub ist out. Scuba ist out. Sattel ist nicht out, aber dran. Gewicht ist scheiße. Speed, speed, speed. Gewicht, speed, speed, speed. Simi, goad. Okay, und jetzt ist die große Frage der Fragen des Simis und so. Und auch des Moodens. Findet Simi den Spot? Ich glaube, da geht es rein. Ich glaube, ich habe es. Wenn jetzt hier wäre krass, es ist, ne? Eine traurige Sache. 300 Kilometer tief geht es jetzt in den Spalt. Und dann kommen wir gleich zu einer sehr, sehr geilen, äußerst, äußerst geilen. Ich glaube, ich habe es. Ich glaube, ich habe es. Okay, ich sehe noch nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Nichts. Hier könnte ja schon sein. Ich spamme ein. Entschwängs. Sehe nichts. Steige ab. Sehe hier wirklich nichts. Versuche so direkt zu spammen, dass es Arthro safe ist. Weißt du noch, beim letzten Cave Claim, den wir machen wollten, wurden wir gearthronutzt. Hätten wir die an die Decke geplaced, hätten wir die nicht arthronutzen können. Und der Win wäre unserer gewesen. Chef, ich höre dich übrigens nicht. Bist du gemutet oder so? Kann das sein? Weil du bist unverhäuflich still. Du bist so still, wie du sonst nie bist. Scheiße, Mon, du bist irgendwie gorn, Junge. Ich bin jetzt alleine. Das macht es noch schlechter. Das macht es gruseliger. Du warst gemutet. Voll mute. Ich war gemutet. Ja, das ist so dumm. Ich komme da irgendwie aus. Das nehme ich mal rauf. Äh, soll ich... Äh, hast du viel Gasolin gemacht? Nee, ne? Ich habe gekauft 20 Stück. Ich mache schon ab Artigus Spamos. Bist du jetzt schon drin? Ich bin drin. Sauber. Sau geil. Sau geil, Sini. Wirklich saugeil. Junge, geil, Chef. Wie geil ist das? Wir haben einen echt ganz okayen Spot, ne? Der ist echt gut sogar. Den kannst du ohne Tech nicht fighten. Ja, aber wir brauchen auch genauso Tech, um den hier zu defenden. Ja, okay. Was mache ich jetzt hier, Chef? Ich bin halt jetzt hier mit Nikis. Du müsstest... Wir müssten kommen. Du müsstest kommen. Du kommst jetzt erstmal hier rüber. Lass den erstmal da unten stehen. Ja, ich habe halt nichts zum Einlagern mitgenommen, weil ich auch so schlau war. Dann gehst du... Willst du Gen 2 machen oder willst du Crystal Eye gehen? Ähm, ich würde tatsächlich jetzt die Turret-Produktion vorantreiben, Chef. Das ist... Okay, dann... Er ist gar kein... Das ist alles gut. Ist alles richtig. Dann schnapp ich mir jetzt Crystal, mach mir Flak und geh rüber. Aber ich muss... Nee, ich muss einen Maywing-Race machen, um mir Crypods zu kaufen. Ich komme auch noch mal nach Gen 2. Ich farm da. Und travel dann mit Zeug rüber. Das müssen wir jetzt eh machen. Weil ich würde auch direkt Öfen hier unter Wasser jetzt hinsetzen. Dass die parallelen Safety da schmelten. Das mache ich jetzt. Okay, Chef? Wenn du kannst, dann mach das, ja. Öfen craften. Die Fort-Production geht jetzt los, Chef. Ich würde halt jetzt hier in die Base-Farm mich dann überladen mit Metal und Holz und so. Und dann rüberziehen und aufbauen. Das wäre jetzt mein Plan. Und dann kann da Metal richtig brennen und wir können durchstarten. Aber bau mir bitte nebenbei ein Narcotex. Dann geht ab der Bubertz und der Bubertz geht ab. Und ich sag, äh, ab in den Bubertz. Turret steht gut, ne? Hält nach draußen, hält nach oben. Turret ist super. Okay, dann hole ich jetzt Holz, noch genau so eine Fuhre und Metal. Und dann haben wir da drüben erstmal gut Stein, gut Holz, gut Metal. Und dann heilt sich die Öfen hin, noch mehr Betten und Mörter an. Und dann craftet da erstmal alles durch. Auf Prim-Basis, aber es craftet. Oder soll ich hier noch ein Turret machen? Und dann direkt auch noch ein Turret und ein Gen damit hinnehmen? Ja, ja, mach das. Sehr, sehr gut. Dann noch mehr Metal. Da fahre ich jetzt einmal alles ab, was da noch ist. Das sollte was, gut was sein hier. Aber das reicht auf jeden Fall, um ein, zwei Indies dann davon zu bauen. Und da fangt man dann ja eh nochmal richtig für, ne? Okay, Generator ist nochmal da, ein zweiter. Geschützfeld, Poli und Cementator. Dann muss ich jetzt wohl da übel. Ich mach noch Rennen. Wohl davon dann auch direkt Cryos oder so noch. Weißt du? Ja, bitte für den Stego. Weil ich bin auch out of points. Wir tun übrigens den Upload, ne? Ja. Ey, wir sind so ein Team, ne? Wir haben schon so viel gespielt. Das geht so geil immer, ne? Das geht so geil mit dir, wirklich. Das macht immer Bock. Außer wenn es nicht Bock macht. Aber das liegt dann an Ark und wie an dir. Auch im Raiden. Die Leute haben, glaub ich, auch so immer den Eindruck, dass wir halt richtige Dödel sind. Weil wir halt immer nur Dödel, also so dumm rumlabern. Das, was wir raiden, so, das klappt halt irgendwie doch immer. Und am Ende spielen wir so, dass es, dass es gut funktioniert. Ich bräuchte dich jetzt für den Cryo-Bot. Ich bin noch im Rennen. Fuck. 6K. 5,9. Was? Okay. Ist gut. Erster Stego, top. Für sowas sucht man manchmal schon eine halbe Stunde oder so. Okay, Chefs, so hart es klingt, ich bin soweit. Du müsstest jetzt... Ja, ich hab alles. Ich würde jetzt kommen. Ich kaufe noch einmal Gasolin. Okay, damit Travel... Ich komm jetzt, ne? Ja, ich flitze hier gerade rum. Ich laufe hier rum. Keiner ist hier. Ich bin da. Komm, 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 komm. Ja, ist... Und Travel ab, Travel ab, Travel ab. Direkt, 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 direkt. Bin weg. Sauer. Die Base steht noch. Überleben da. Ist da. Ich nehme Fundament und baue erstmal hier. Geht das gut? Ja, das geht wunderbar. Das lässt sich dann gut layern. Okay, dann kommen jetzt direkt die Öfen. Die stehen ja eh nur so lange, bis die Indie ready ist. Sehr, sehr gut. Und dann stelle ich jetzt den Gen... Weißt du, was ich huge finde? Ne. Doch. Gasolin ist da, Alter. Oh mein Gott. Ja, dann müssen wir möglichst schnell auch da rüber jetzt beim Moven, ne? Ich finde unser Vorgehen diesmal übrigens deutlich klüger, ne? Beim letzten Mal sind wir directly für den Spot gegangen. Und dann ist natürlich klar, dass der umkämpft ist. Diesmal sind wir für den second geilen Spot gegangen. Der aber im Early Game gerade noch härter zu raiden ist. Das zweites Turret steht. Ich habe jetzt eins unten im Wasser und eins oben drin. Also auch, dass das möglichst lang in den Gang zieht. Dass wenn hier einer reingeschwommen kommt mit seinem Ich-Tee, das schon mal reinzieht und dann muss er erst das machen und danach ist noch eins hier drin. Das ist zumindest schon mal ein bisschen Zeitverzögerung. Und der Gen steht auch noch weiter dahinter. Habe ich mit Flexkabeln jetzt erstmal gemacht. Und ich hätte fast den Bag vergessen und die Sachen wären die spawnt. Nicht so geil, ne? Kann man pick upen hier? Ne, hier kann man nicht pick upen, aber ist egal. Ich heize die Forges jetzt. Die Öfen gehen an. Okay, sehr, sehr gut. Und das Geile ist, wir haben hier schwarze Perlen in der Cave und normale Perlen auch ein paar. Ich lege jetzt noch in den Gang ein paar Foundations und dann komme ich auch schon wieder rüber. Ich mache gerade drei Trilliarden Sliden Glides für Hexe-G's. 20k habe ich. Davon holen wir uns dann Gunpowder, weil das dauert einfach am längsten von allem. Und dann können wir direkt die Munition craften. Weil zwei Normals halten den Laden natürlich nicht mit 80 Schuss. Und das zweite Ziel sind dann Heavies und direkt die Wall. Das muss heute auf jeden Fall rein, mindestens. Was machst du gerade? Und bloody hast du im Upload oder in der Base? Es liegt in der Base. Stark. Der Nächste, der nach Lost geht, nimmt den mit. Kleiner Pro, das wird noch von mir an alle. Maving Runner immer das linke nehmen. Ab hier, nicht den Boost nehmen. Das ist ein Gebait. Und dann hier direkt auf den Boden. Und ab jetzt nur noch links. Egal was kommt. Das sind alles Gebaits. Weil, ihr seht es jetzt gleich, jetzt kommt die erste Abzeigung. Genau, jetzt da ist ein Gebait rechts für den Booster. Geht links. Weil hier seht ihr diese glatte Wand. Wenn man so schnell ist, an der anderen Seite bleibt man hängen. Weil man so schnell ist. Und auf der linken Seite hat man immer die Safety hier auch. Rechts wäre zu weit oben. Schön weit links. Hier auch den linken Weg. Ist der straighteste. Und dann kommt jetzt gleich noch eine Abzeigung. Genau diese hier. Zack, auch links. Ihr seht die Wände hier. Die sind so glatt. Du kannst, habt ihr gesehen? Ich bin einfach geradeaus gefahren. Du kannst nicht hängen bleiben, wenn du links fährst. Mission failed. Echt? Ja, weil ich links gefahren bin. Nein, weil ich halt immer hängen bleibe, Junge, wie so ein Otto. Aber ich finde es krass, wie zum Beispiel Gato und wir beide ARC PvP spielen, aber so unterschiedlich, trotzdem so eine unterschiedliche Experience immer haben. Für Gato ist ja viel wichtiger. Er geht übel gern für die Action im Early Game, weißt du, direkt PvP in ein paar Kills holen. Und hat da seinen Spaß dran. Und für uns ist ja genau das quasi umgedreht. Und wir sind froh, wenn wir im Early Game nicht genutzt werden, wir versuchen das zu skippen, sogar weitestgehend teilweise, um eben einen guten Start hinzulegen für eine gute Base, für eine gute Restseason, also für den längeren Verlauf. Aber finde ich krass, weil halt wirklich, und dann auch wenn du Solo spielst, wenn du in einer Groove spielst, sind ja komplett unterschiedliche Spielgefühle, Erfahrungen und Spielweisen auch. Aber alles ist ARC PvP, das ist irgendwie ziemlich nice. Eigentlich so auf einem Mal-1-Server oder Offi oder so, wäre das da als Solo sogar vielleicht eine valide Strategie, einfach nur Hexer-G's zu farmen, den ganzen Tag. Dann irgendwie bessere Missionen noch mit Tames, weil die kann dir keiner nehmen. Und du kannst dir damit die wichtigsten Sachen, Gunpowder, Zement, so, ne? Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube nicht, ne. Babbing-BP bekommen, ich habe auch PT-Sattel bekommen. Ja, ich habe 30 KG's, das reicht mir erst mal. Und für die erste Folge reicht es auch. Kommen ein paar echt geile Videos auf euch zu. Lasst mir gerne ein Abo da, ich habe euch lieb. Haut rein und tschüss. Kommen ein Abo da, ich habe euch lieb.